Der deutsche Fußball-Vizemeister Red Bull Leipzig muss nach Informationen mehrerer Medien nun doch länger als erwartet auf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabica verzichten. Der Steirer fällt nach seiner Schulterverletzung, die er im Champions-League-Spiel in Monaco erlitten hat, bis zum Jahresende aus. Untersuchungen in Leipzig ergaben, dass der Bandapparat und die Kapsel der linken Schulter lädiert wurden. Eine Bestätigung des Klubs gibt es am Donnerstag zunächst nicht. Sabica hätte sich am Dienstagabend in der 33. Minute die Schulter ausgekugelt. Der 23-jährige Offensivspieler, der im Kader der Leipziger zuletzt die meisten Einsätze in Serie und 18 der 19. Saisonspiele bestritten hatte, war bei einem Schuss ausgerutscht und unglücklich auf die linke Schulter gefallen.